Zu leise. Wir wollen? Viel zu leise. Nochmal. Wir wollen? Und ich habe euch versprochen, wir machen eine zweite Runde. Die geht bis halb neune. Es war ein geiles Fest mit euch, wirklich. Ich muss es wirklich sagen, es war dieses Jahr richtig schön mit euch zu feiern. Darf ich das nächste Mal nochmal machen? Ja! Darf ich das nächste Mal nochmal machen? Ja! Dann mache ich das auch für euch. Und jetzt kommt das zweite Mal, die Schallmein. Das ist Feuerwerk und das ist alles Ende. Es ist vorbei. Das von uns ist der Teichfest, der hier ist weiter. Es geht. Tschüsse! Es geht. 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 Das war's. 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 Das war's.